Guten Morgen, von der ist Dach Nummer 37 in dieser Serie Glauben Online. Gestern habe ich gesehen, dass ein Ziel von der Judäer, also wie ich war, dass er von Paulus die gelagte Christin zu tragen ist, so dass er eine Nachfolge kriegt. Jetzt gehen wir wieder ein Kapitel vor, weil wir lesen von 21. Jeder, die drei unter den Satz gehen wollen, sagt mir, habe ich nicht gehört, was der Satz sagt? So das ist eine gute Frage. Du wirst unter den Wort sein, du wirst die unter den Worten stellen, und bekannst du dort unter den Worten, die du stellen wirst. Und jetzt wird der gelagte Christin hier so freundet. Die wollen sich unter den Satz von den Juden stellen, und bekannten sie, wortet wir. Und die Antwort wird sein, nicht wirklich. Warum nicht, weil die sind nicht unter den Worten abgeworfen, die haben nicht von klein an, die du hier hast und gelesen. Nun würden sie weiße Dinge wissen von der Satz, weil die Judäer, die in der Hand gekommen sind, die haben gesagt, du musst dort in den Jahren alles in Ordnung kommen, wenn du wahrscheinlich warst. Und weiße andere Dinge wurden sie irgendwann nicht erklärt von dort, aber da würden sie auch nicht sagen, nein, sehr viele Kenntnisse wollen sie nicht haben von der Satz. So was Paulus nun will tun von hier, wird das ein von der Kapitel. Als er will nicht unter den Judäern sein, er will eine Geschichte von der Judäer zu nehmen. Er will die Geschichte von Abraham, in denen sie eine Familie brauchen. Dus Abraham, in seiner Früge, in seiner Kindheit und sowas. Er will das brauchen, wenn man jästliche Worten hat, nicht mehr klarstellen. Und das ist ein Hauptziel, dass er dann bewiesen ist, dass Menschen, die nach dem Judäern leben wollen, sind sie gelaufen. Und die Sonne wird im Glauben leben, dort sein Sonne wird frei sein. Und so er wird hier zwei Sieden gestalten. Und der eine Sied, wo wir sagen, du hast das Olet-Testament, oder das Olet-Bund. Und auf der anderen Sied, wo es dort nicht gibt, dann wird sie verschiedene Dinge ab siten. Und er wird unter jeder einer dieser Sieden gestalten, um klar zu bewiesen, dass wer in dieser Satz ist, oder leben will, für den seine Erwartung, er ist verschlägt, und über den wer im Glauben ist, er ist frei. Nun, von morgen wieder, dann wollen wir sagen, diese zwei Sieden falsch zu finden. Wo die hier in dieser Zeit sind und wo die hier in dieser Zeit sind, und wo die hier in dieser Zeit sind. Und bei dieser Zeit habe ich eine Frau verjüngt. Der Gelater, der dir nie holst dich an eine neue Nennhebsen, wo sie wenig von wissen in der Wahrlichkeit. Best du so eine Person, der holst dich an eine neue neue Nennhebsen, der, und der die fehlt von dort weitend ist. Das kann vielleicht sehr gefährlich sein, dass wir so schönes wie eine neue Idee hören, dass wir die Nennhebsen und wieder anpacken dürfen. Wenn wir vielseitig sind, wenn wir dort in der Schrift und studieren sein, wo das sein wird, und nicht trotzdem alles annehmen, was für uns kommt wird. So mag Gott uns Segen und wir sehen uns morgens morgens. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.